hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja jetzt beginnen die adventszeit morgen haben wir den ersten advent ich habe jetzt den ravensburger puzzelball adventskalender ich zeige euch noch grad was rundherum war so sieht er aus es wird jetzt jeden tag ein video von dem geben und dann gibt es noch ein video zu den matchetags also den hier wird es auch noch geben also zwei videos an einem tag könnt ihr euch freuen so und heute haben wir den ersten der erste ist hier ja platz nummer 9 haben wir hier ich bin mal gespannt wer hier auf platz nummer 9 ist ja und ich denke mal wir öffnen das mal das türchen und mal gespannt welcher puzzle ball sich darin verbirgt so das kann man ganz ab machen zeigt und wir nehmen diesmal raus und hier ist glaube ich noch eine anleitung so leider ist das hier zu groß um das hier liegen zu lassen sonst oder wartet man kann es ja eigentlich hier drauf lassen oder ich könnte es hier drauf puzzeln noch also wenn ihr mehr löscher drin sind geht es natürlich nicht mehr so so wird es dann aufgebaut ja ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr so für kalender habt ob die er hier auch so in den puzzle den puzzle bellen oder matchetags oder habt ihr vielleicht playmobil das ist schalke man sieht schon das schalke logo so paar teile sind es ich drehe die mal alle so rum dass die zahlen oben sind dann geht das natürlich schneller so hier ist die eins dann geht es immer hier so im kreis so hier ist schon mal die 4 so ich muss gucken dass hier nichts rein fällt in das loch so hier haben wir die nummer 1 so dann haben wir hier die nummer 2 wo ist die nummer 2 hier ist die nummer 2 so ich denke mal kommt das so bin mir nicht so ganz sicher jetzt dann haben wir hier die nummer 3 wo ist die nummer 3 wo ist die nummer 3 wo ist die 1 die nummer 3 wo ist 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 die nummer 3 wo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020